Vielen Dank. Meine Frage geht in eine Richtung, die glaube ich jetzt von großer Aktualität ist und noch nicht so ganz zentral angesprochen wurde. Aber es würde mich die Meinung der Vortragen sehr interessieren. Wenn man sozusagen den Vortragen vorher so interpretieren könnte, dass einfach Geld ist Geld ist Geld zu definieren ist und sich natürlich von den Alltäglichkeiten längst abgehoben hat, so fragt sich, was ist Geld unter Anführungszeichen heute, wo wir wissen, dass der Tagesumsatz auf den Börsen der Gesamtheit des Nationalprodukts der ganzen Welt pro Tag entspricht. Also wo bleibt da noch eine Beziehung zum Sozialen ist die Frage. Es war sehr interessant in der letzten Krise zu sehen, dass die Banker eigentlich gesagt hat, dass wir nicht wissen, wie viel Geld wir haben. Wir wissen, was unser Property ist. Banker sagt das. Und das ist warum wir in der Krise, weil all die Bonds, das wir finden in den Krise, in den USA, in den USA, die waren interessant. Ich meine, es war nicht möglich, in den Finanzen der Krise zu wissen, was die Value von was purchased auf dem Markt als Finanzprodukts. Und das ist die Finanzierung im Grunde genommen. Das ist warum ich warst, was die Magic in Geld gemacht hat, weil wir können die Grunde genommen, die das System im Leben ist, is not confidence anymore, I would say, but conventions. And the speculation nowadays is not related to the goods as such. The speculation is related on the daily that will still allow to speculate. The speculation has for object the time of the speculation itself. I mean, with stocks on the market, sometimes we quite know that the stocks are over-evaluated. We know it, but we know that the prices won't appear in a few days to sell them at a better price to someone who knows that it's over-evaluated. But we speculate on the time of the crisis. So we don't, in a time where half the money is held in tax havens, where statistics aren't very credible, really credible, we just act in regard with conventions, with hopes. And it's, you see how in the financial circles, some unrational strategies occur, like storytelling, like guru, financial world that will present them as gurus, with all kinds of techniques that are totally disconnected with rationality. And that's why it's sure that we cannot evaluate without the crisis that we see all the times. I think it is ten after one o'clock. I thank you that you joined the discussion for a second time. Thank you.